Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Die Herausforderung des Pendelns. Warum viele Studierende nicht an der Uni wohnen können. Ein pendelnder Alltag, die Umstände, die Studierende zum Pendeln zwingen. Jeden Tag werden hunderttausende Studierende durch ganz Deutschland transportiert in Zügen, Bussen, Autos und Fahrrädern. Sie pendeln zwischen ihrer Heimat und ihren Universitäten. Eine Reise, die oft mehr als eine Stunde in jede Richtung dauert. Warum? Hier gibt es mehrere Gründe. Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Einer der Hauptgründe, warum viele Studierende pendeln, ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Universitätsstädten. Aufgrund steigender Mieten und begrenzter Kapazitäten in studentischen Unterkünften haben viele Studierende keine andere Wahl, als außerhalb der Stadt zu wohnen und täglich zu pendeln. Quelle Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung 2020. Finanzielle Überlegungen Die finanziellen Vorteile des Pendelns sind ein weiterer entscheidender Faktor. Für viele Studierende ist es deutlich günstiger, zu Hause bei ihren Eltern zu bleiben und Studiengebühren, Lebenshaltungskosten und Mieten zu sparen. Quelle, deutsches Studentenwerk 2019. Flexibilität Ein weiterer Faktor ist die Flexibilität, die das Pendeln ermöglicht. Viele Studierende haben Nebenjobs oder Praktika in ihrer Heimatstadt, die sie ohne eine flexible Lösung wie das Pendeln nicht leisten könnten. Quelle, Hochschulinformationssystem 2019. Psychologische Gründe Einige Studierende wählen das Pendeln außerdem aus psychologischen Gründen. Die Annehmlichkeiten von zu Hause, die Nähe zur Familie oder das Vermeiden des Stressfaktors eines Umzugs sind Gründe, die das Pendeln attraktiv machen. Quelle, deutscher Akademischer Austauschdienst 2020. Fazit Das Pendeln ist für viele Studierende eine Notwendigkeit, hervorgerufen durch eine Reihe von Faktoren wie Mangel an bezahlbarem Wohnraum, finanzielle Überlegungen, Flexibilität und psychologische Gründe. Es ist wichtig, dass die Herausforderungen, die das Pendeln mit sich bringt, anerkannt und angegangen werden, damit Studierende in Deutschland das Beste aus ihrer Bildung herausholen können. Verfasst von Anita Farke, Sonntag, 14. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.